Ja. Habt ihr eine, Freunde, hallo? Nein. Sucht ihr eine? Ja. Wirklich? Ja. Sorry. Hallo? Ich hab jetzt ein bisschen. Hallo, wenn der Ticket reißen kommt, könnt ihr mal die Videos ins Spiel gucken. Dann sind wir traurig. Das ist mir eigentlich scheißegal. Sagen wir nicht. Alter, sei mal still. Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist der gute, liebe Alperstein. Was geht? Es ist wie ein Zett. In der Ruhe des. Endes. Abba-ba-ba! Mann. Hab ich auf jeden Fall schon wieder richtig... Du meinst auf dem Internet. Ja, alles klar. Hab ich auf jeden Fall schon wieder richtig Bock drauf, meine Freunde. Hallo, meine Freunde, lange nicht mehr gesehen, ne? Kannst du bitte ganz kurz den Mund halten? Ich möchte gerade Werbung für dich machen, okay? Alperstein steht gerade kurz vor der 1 Million, meine Freunde. Also geht mal ganz kurz rüber und abonniert den Jungs zu Tode. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr rotvergabt nochmal in den Item-Shop und nutzt den Quartner-Creator-Code Re-Sink-Zeit. Und kauft euch damit alles. Geht's im Shop, damit ich meine Miete bezahlen kann. Oh nein! Stein, ich würde sagen, wir spielen ein paar Duos. Du hast Bock, mir deine neuen Skills zu zeigen, meinst du? Let's go! Ich war im Tramex-Turnier. Hast du gesehen? Warst du echt im Tramex-Turnier? Ich hab 3-2. Wirklich? Nein. Ja, also ich wollte gerade schon sagen, das kann ja nicht sein. Okay, Bro. Wenn du so gut bist einfach, dann... Wo landen wir? Tilted, 2-1. Warum denn Tilted, Mann? Oh mein Gott, ich hab so vermisst, Fortnite zu spielen. Das ist kein Schatz, Digga. 1-2. Alles klar. Wenn ich Du wär... Oh, ich hab eine Waffe. Okay. Hey, wir spielen nicht, wenn ich Du wär, Alter. Warum nicht? Es gibt noch mehr Klicks. Mann Stein, ich brauch ne Waffe, Alter! Yeah! Oh Mann, Junge! Ist das anstrengend heute wieder mit ihm hier. Vor uns Gegner. Okay. Wow! Von wo? Hallo! Halt sie mich! Warum bist Du so schlecht? Ich dachte, Du hättest jetzt neuen Skill. Hier, nimm mal den Mini. Ich bin oben zu Du alle! Herr Stein, wo bist Du? Ah! Ach, du verdammter Idiot. Baby! Ja, Junge. Warum bist Du denn alleine gegangen? Ich hab gesagt, Du musst kommen. Ich kann ja nicht... Bist du wirklich so schlecht? Junge, ich kann doch nicht riechen, wo Du hin rennst, Alter! Digga, der Typ hat 51 AP der Lappen. Nein! Mann! Was? Junge, warum pusht Du denn schon? Guck mal, Digga! Du bist alleine wieder weggepusht! Was, möchtest Du? Nein, ich will nicht Squad spielen! Mann! Junge, ich bin zu zweit, können nix! Ich bin dumm! Alles klar. Und wahrscheinlich danach auffüllen, oder? Nein! Ich will dann auch immer neue Leute kennen und so die sind alle nicht! Mann, ich will aber keine neuen Leute kennenlernen! Boah, neue Freunde! Wir haben keine! Digga, Du hast mir erzählt, dass Du Top 5 weltweit Elite-Spieler bist! Du hast grad komplett auf die Fresse bekommen, Alter! Du hast kein bisschen trainiert, oder? Ich war doch nicht aufgewärmt! Alles klar, gut. Dann bin ich mal gespannt, Digga! He, du bist so schnell! Hinter dir! Ja, moin Digga! Kompletten Tryhards! Digga! Digga! Du bist so schnell! Hey! Hey! Weißt du mal, Tür ist zu dir, oder was? Junge Stein, ich bin der heftigste Spieler der Welt! Hast du das vergessen? Oh mein Gott! Nein! Ich hab die falsche Waffe ausgewählt! Nein! Ja! Sag bereit! Alles klar! Hallo! Hey, buddy! Du bist gut? Ja, ist gut! Nein! Du bist nicht gut? Warum? Nein, ich bin zu lang. Oh, Bro, woher bist du? Finnland. Oh, Finnland. Sehr schön! Hallo! Wie geht's? Ich bin von Deutschland. Okay. Wo willst du gehen? Schade dog! Schade dog! Ja, buddy! Wie bist du, mein Freund? Ich bin fantastisch. Wie bist du? Ich bin fantastisch, auch nicht. Ich bin fantastisch, auch nicht. Ich liebe dich. Das ist großartig, Mann. Ich liebe dich. Können wir zusammen spielen? Ich liebe dich. Ja, mir auch. Wie alt bist du, Mann? Ich bin 30. Einfach schnell. Alles für dieses Spiel. Ja, ja, mein Deutschland... Scheiße. Scheiße, Deutschland. Oh, Scheiße. Gutes Wort. Alphastein. Lass ihn jetzt einfach mal in Ruhe. Okay, wir haben jetzt hier einen niceen Kerl. Okay? Okay, Stein, du mal easy. Okay, Stein, vielleicht hast du einen Schritt zu weit. Schade mal. Since when you are playing Fortnite. Do you learn German? In your school? Stein, ähm... Äh, no. Wieso? Warum? Yeah, yeah, yeah. I want to talk with you in German. Please. My English is shit. Oh, sorry buddy. My German is even worse. Why? Stein, äh, ist aus... Germany is as good as lunch. Viel Geld. Oh, okay. I'm actually in a school right now. Oh, nice. Sir, you're playing in a school. Hä? Weiß ich, warum er noch in der Schule ist. Jetzt lass ihn einfach in Ruhe, Alter. Wir haben endlich mal einen korrekten Mitspieler. Hi, Sarah. How old are you? Are you teacher? Are you a teacher? No teacher. Why? I'm, I'm 26. Okay. Are you a student? Uh, sort of, yeah, yeah, yeah. I'm learning music. Ah, but student, uh, what do you study? Music. Oh nice, you're a music producer. Ah, can you sing? Uh, not really producer. I play guitar. Can you, can you sing? Yeah, I try to. Haha. Just give us a go. Not right now. If we get a win, I'll sing it for you. Okay, we try our best dance. Okay, we're gonna do my next. We're gonna win. We're gonna win, okay? We're gonna sing, Alter. We're gonna sing. I can sing too. Okay, that's awesome. You wanna take the rift, or? We're gonna get up. Do you have WhatsApp? Uh, yes, I do. Aha. Aha. If you win this round, you give me your number, okay? No way, man. I don't give it to me. Hey. Wieso? Ich bin YouTuber. Okay, let's take the rift then. Come on. Okay. Yeah, let's use the jump pad and maybe have a look for enemies then. Hey, wie mach dich dich? Run, hör auf. Stein, ich mach mich nicht. Oh, enemies inside the building. Enemies inside the building. Oh yeah, I see. I got behind him. I hit him once. So he's pretty low, I guess. Got him. This is how this goes. Ow. Nice. Hey. Do you want to make a jump with me? Hello. Oh, they're gonna be in the circle. Just wait. Oh, I killed him. Yeah. One guy inside here. One guy inside. One guy inside. Got him. Got him. Nice. I think you have to take a jump for us. There's one player left. He's going north. He's going north. He's going north. Right to lazy links. Got him. Oh. Okay. Please sing a song. Please. Please. Oh shit, man. Oh, I don't know. Okay. Nice. Yeah, Stein. Wir haben jetzt immerhin jemanden gefunden, der dir einen Song gespielt hat, aber einen richtigen Freund haben wir immer noch nicht, oder? Hey. Wollen wir es nochmal versuchen? Heute bin ich für dich übergeben. Ja, komm, wir versuchen es noch ein letztes Mal, okay? Ich bin jetzt wirklich motiviert. Wir haben gerade einen Win geholt. Okay, wir versuchen das nochmal. Komm. Hallo. 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 Yes, hallo. Kein Franzdeutsch. Ich kann Deutsch, ja. Revi. Guck mal, guck mal. Ich habe ein Dänz. Guck mal. Was geht? Ich habe dich gekauft. Hallo. Ich bin dein größter Fan, Junge. Was bist du? Ich bin dein größter Fan. Das glaube ich dir nicht. Ich auch. Ich bin dein größter Fan, Revi. Alf, wahrscheinlich bist du auch cool. Ja, ich bin der coolste Fan. Nein, cool. Nach Revi. Lass mal salty gehen, dann sind wir safe. Hallo, mögt ihr Foto ein? Ja. Wie viele Kids habt ihr? 3.000 oder so. Oder die Season besser gesagt 5.000. Herr Jungs, wir haben gerade schon den kranksten Win geholt, Alter. Let's go. Ja. Habt ihr eine Freunde, hallo? Nein, nicht mehr. Wirklich? Ja. Ja. Sorry. Hallo. Was hältst du denn zu bieten? Ja, klär mal. Alpha Stein, ich bin mir nicht sicher, ob die Jungs, dass ich eine Freunde von dir haben wollen. Ja, natürlich mich, wie sonst. Hallo. Was hältst du denn zu bieten? Ja, hallo. Hallo. Was hältst du denn drauf? Ja, keine Ahnung. Nein, das ist so interessant. Ich will dir nicht. Alles klar. Kann du vor sein? Gegner hier. Abi, noch. Ja. Fertig, hinter dir. Hinter mir? Stark. Ja, ich hab Lagerfeuer. Danke, Herr Alpha. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber Jungs, ist das nicht schön hier, Mann? Macht das nicht Spaß? Ja. Das ist eine geile Zeit, die wir haben, oder? Ja, ja. Wollt ihr auch ein Geldsystem? Ja, ja. Wollt ihr ein Geldsystem? Ich weiß, wer ein Geldsystem bekommt und soll. Ich gebe jetzt einen neuen Button von euch. Nein, es gibt keinen... Lasst euch nicht verarschen, bitte. Lasst euch nicht verarschen von ihm. Okay. Könnt ihr die Teste ein? Könnt ihr die Teste ein? Nein. Nein, auf eurer Testatur. Könnt ihr die nicht machen? Ja. Ja. Mach du mal vor. Versuch mal, versuch mal. Versuch doch du. Hab ich schon. Guck mal, mein Skid jetzt. Den hast du schon ganz falsch. Jungs, ich bin froh, dass ihr intelligent genug seid, da nicht drauf reinzufallen. Ja, ich kenn deine Videos. Der hat ja immer. Fast immer. Oh mein Gott, Rewisch. Du weißt nicht, wie ich zittere. Ich auch. Ich zitter auch extrem, weil ich die ganze Zeit schon pissen muss. Nein, also ihr lacht. Ich muss wirklich extrem doll pissen. Das ist mein Ernst. Nimm ne Flasche. Habt ihr weibliche Connections? Ne Flasche? Hallo, habt ihr weibliche Connections? Nein. Ja, ich bin in der Schule. Ja. Ja, wie alt? Hallo. Was? Wie alt? Wie alt? Wie alt ist ich? Ja, genug alt. Nein, nicht du, die Mädchen. 14, 15? Ähm. Nein. Glaubt, das ist ein bisschen zu jung für Alphastein. Alphastein ist nämlich 36. Alter! Habt ihr da ein paar Lehrerinnen? Alphastein, lasst doch jetzt die Jungs bitte in Ruhe. Habt ihr eine Sportlehrerin? Ey, ihr müsst ihm nicht antworten, wie gesagt. Ey, er zaut ja, das ist cool. Also ihm ist... Es ist ein Kerl. Es ist ein Kerl. Stein, wie gesagt, ich weiß, wie gefühlt es hier. Jungs, das Problem ist, was wir einfach grundlegend haben, dass das Alphastein der Meinung ist, dass das hier ist Hinterwehr, wisst ihr? Ja. Und das ist es nicht. Also ihr müsst ihm nicht antworten. Er hat eben einen Polen angeschrien, danach einen Finnen zum Singen gezwungen und alles. Also das ist echt maximal unangenehm, mit ihm zu spielen. Ihr müsst darauf nicht antworten, wie gesagt. 1, 2, 1, 2, 3. Was sagt ihr? Ihr seid Schweizer. Ach, stark. Ja, schön. Und was sagt ihr so zu Artikel 13? Wieso habt ihr denn kein Rest? Ja. Das ist ziemlich scheiße. Da kann man deine Videos nicht mehr schauen. Hallo, wenn der Ticket 13 kommt, könnt ihr mal die Videos nicht mehr gucken. Seid ihr traurig? Das ist mir ein Scheißskal. He! He! Das sei mal still. Alphastein, die hassen dich. Ich werde so gewappt. Ein ganzes Leben lang. Was habe ich falsch gemacht, Evi? Erklär es mir. Ich glaube, dass... Wieso, wieso mag mich keiner? Es könnte einfach an deiner Stimme liegen, Alphastein. Jungs, es könnte mir einen Gefallen tun. Vielleicht doch ein bisschen netter zu Alphastein sein. Der macht... Er ist gerade extrem schwer im Leben. Alphastein tut mir leid. Ey, ich habe ganz schwere gefassen. Ja, danke. Warte, Alphastein. So. Es tut mir leid. Okay, ich verzeih dir. Kriege ich jetzt deine Nummer? Perfekt. Willst du sie? Schreibst du mir auch? Schreib auf. Äh, Null. Bro, also ich würde es nicht machen, tatsächlich. Wieso? Es ist halt Alphastein, verstehst du? Du willst so den Menschen nicht deine Nummer geben. Doch, doch, das ist nett. Warum nicht? Ich habe auch Gefühle. Ja, genau. Das ist das Problem. Und deine Gefühle nehmen meistens überhand. Und dann wirst du wahnsinnig. Du bist verrückt. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Er ist down, er ist down. Hallo. Muss ich jetzt gehen. Ja, okay. Komm, wir winnen jetzt schnell. Hier, vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Hey, ja. Okay. Oh, der hat mir die Kiegel gesteht da gerade. Äh, Gegner Richtung S. Ja, Alphastein vorstehen. Komm, let's go. Fuck, wir müssen jetzt schnell. Schnell. Bitte. Ey, ich konnte, ich konnte gerade nicht schießen. Oh nein, Bro. Oh nein. Ja, Jungs, good game. Ey, belastend. Jungs, dankeschön dafür, ne. Macht's gut. Also, tschüss. Egal, Leute, das war's für dieses Video. Ich muss extrem dringend pissen. Alphastein, danke dafür, dass du mir wieder die Zeit ruiniert hast. Vielen, vielen Dank dafür. Schaut mal Alphastein vorbei. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Ja, ha, ha. Yay.